Die zwei. Vielleicht ist auch das das Zeichen. Dann muss ich mal so probieren. Machen wir die zwei an. Nee, das war die zwei. Erst mal die zwei. Standard. Ich muss die sich wählen. So, alles nach der Reihe mal. Ich mach mal das da. Nee, nee, erst mal... Nee, erst mal das da, genau. Da erinnern wir schon mal so. So, jetzt ist das da. Dann, jetzt geht's jetzt zur Seite. Jetzt geht's ja gar nicht mehr. 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 Okay, mehr kommen wir jetzt. Ich sag nicht mehr. Oder einfach mal eine Reihe nach. Nee, vielleicht nicht mehr. Also, das ist die Eins. Haben wir gar nicht. Schatz mal aber eine andere. Ja, aber es ist auch kein Blutchen, mal die Eins. Die man nicht hat. Alter, tschüss. Schatz mal, auch. Warte mal, ist die Batterie überhaupt noch drin? Ja, das stimmt. Ich denke, ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein mega Kind. Ja, ich bin ein bisschen. Hey, ich werde noch mal die Blutchen zu lesen. Na, nur noch. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr drauf. Waaaay. Du... Ach sie! Ja. Okay. Das macht man vielleicht den Herbst an. Und jetzt? Nein, das machst du, nein! Ja, da besteht jetzt, wo das letztes gemacht wird. Lass mich? Ah, ist gut. Ne, auch nicht. Ja, was weiß ich. Das ist jetzt wieder. Das ist ein Spiel für Frauen, nicht für Männer. Aha. Ich habe auch mal eine Idee. Tiki-chan! Machen wir mal wieder mit den 2 an. Machen wir es ab. Weil, ich muss erst mal fließen. So, jetzt machst du mal die Dump weg. Und das ist anders. So, den Dump weg. Und das Spiel nochmal so. Ja. Spannend. Okay, das ist aber wirklich die letzte Kombination. Gar nicht wahr? Ja. So, dann könnte man nochmal anfangen, dass wir mit der 1 anfangen. Hm, wir machen die 1 anfangen. Ja, die 2 an. So, alles funktioniert. Das will ich jetzt sagen. Das war ich übrigens, zu mir selbst gehauen, verdammt. Ich weiß doch, das ist nicht. Au, das ist nicht. Ha, genau wo macht man. Ja, die ist weg. Ja, die ist weg. Ja, das ist halt. Wow, das ist richtig. Soll ich? Ja, das sind die Bilder, die die Kunde auflöst. Wie wir denn jetzt sehen? Scheiße. Oh, was ist denn? Und jetzt? Sieh raus. Toll, was hast du denn jetzt gebracht? Das habe ich schon mal gemacht, das ist über Licht. Seid ihr doch vor? Seid ihr jetzt in die Bühne rum? Mein Fuß ist eingeschlafen. Soll ich ihm bitte sagen? Hey, cool. Ach, das ist ja was, das war ja. So. Was meinst du hier nicht aufgehst? Das geht ihm aus, der ist generatisch an. Seitdem wir noch den Generaten verküllen. Soll ich die Ex-Frau nehmen? Ja, woher ich wurde? Was soll ich machen? Das greift mich wirklich nicht an. Nein. Guck mal, ich kann ihn sogar angucken, weil der Manuel kriegt eben immer auf den Kopf und aktivieren und überall. Das sieht echt nicht. Das ist Müllmusik, die halt mal wieder gefiltert. Nein, du machst es nicht auf. Ich kann ja nicht mehr so gehen. Ich kann ja nicht mehr so gehen. Ich kann das nicht mehr so gehen. Ja, ich kann ja nicht mehr so gehen. Ich bin jetzt fast nur die Stadel. Ja, du, die kleinen Kuchen. Das ist riesig. Ne, es wird jetzt auch wieder einfach. Klai. Ja, ich bin schütztert. Mit der Spur. Mit der Spur. Mit der Spur. Das ist schon fertig. Oh! Auch! Da passt es schon mal rein. Ich stehe gerne im Hintergrund, kann man das wissen. Hm? Ich stehe jetzt zusammen, vielleicht können wir die Frage auch sehen. Ich kann das schon. Das ist ja mal! Ja. Ah, okay. Und da sind die Füße. Ja, gut. Okay. Das sind die Morsenseichen. Morsenseichen? Ja. Ja, das ist das wirklich. Ja, ganz ehrlich, das ist ja alles gleich Papier. Ja. 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 Deswegen, das ist das Gefühl, dass das immer wieder ich mit dem Tor aufkomme. Ist gut. An und und. Nichts so. Ich Private, was wir uns da an den Überschuss oder? Ja, das ist super. Ja, das ist ja noch mal. Es ist irgendwie so... Ich habe keine Ahnung, was wir da an? Ja, das ist wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn der Fleisch? Der Fleisch. Der Fleisch. Komm her. Da haben wir schon was mit Wasserzeichen. Nicht geteilt. A, B, C, D, N, F, D, E. Achso, das geht immer nach dem Bier nach. Warte mal. A, B, C, D, E. Ach du Scheife. Ist der Name. Was? Ist der. Oh. Oh. Ich werde nicht so an was geht. Gott sei Dank. Ich werde nicht so sagen. Okay. Nichts los. Also von 5. 5. 5. 4. 5. 7. 4. 5. 7. 4. 8. 5. 7. 4. 6. 4. 5. 5. 4. 5. 5. 5.. 2. 10. 10. Hallo? Hallo? Kannst du mich hören? Hallo? Ja. Überraschungen sollte man sich nicht durch übermäßige Neugier verderben. Ich bin da nicht inbound. Guck hin. Ich bin 7. 8. 5. 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 6. 5. 7. 9. 9. 10. 12. 10. 11. 10. 13. 14. 15. 4 4 4 4 1 3 4 So, jetzt 5-7-4-5-7-3-8. Was? 5-7-3-8? 5-7-3-8. 5-4-8-3. Das ist wie meine Elitinnen, auch wenn sie auch so viel über die Kenntnis sind, aber es klingt so... Ja, das muss ich mir jetzt merken, jetzt habe ich den Kinder. Nein, man kann es so kurz anbieten. Tag mal! Nein! Ich muss mich neulich schon ändern, weil... ... dann hat sie heute den ersten Essen und ich habe dann... ... dann hat sie mir einfach schon so gekübt, sie hat... ... die Kugel in den Schirr-Saharan und ich habe dann... ... das ist die Tympo, wo mein Handy ist, und ich habe dann alles gekübt, und ich habe dann... ... das ist die Tympo, wo mein Handy ist, und ich habe dann alles gekübt. Ich habe so viel geschossen. Ja, ich habe so viel geschossen. Warte, was ist jetzt mit so viel? Neee... Hallo! Wo macht man das? Guck mal, was bleibt mein Hund? Ja toll, meine Bewohner! Ja, so verkauf ich deine Hunde natürlich nicht. Wieso steht die hier noch? Schöpste, sag sie mal bitte schön. Okay, jetzt ist er durch. Nein! Nein, guck mal, da bist du ja genau. Wieso riefst du denn so? Neee, zu blieb. Neee, das war schmerz. So, das wirst du ja machen, sonst ist er tot. Natürlich bin ich nochmal da drin. Ja. Ja... Jetzt sind er schon. Da drin! Wie ist er die in Richtung? Nein, du gehst weg. Ja, du gehst weg. Wie ist das? Oh mein Gott. Was ist der Verlust, der? Okay, wir sind tot. Oh, wie ist mir denn? Ja, noch nicht besser. Ja, ich bin Ladies. Ja, ne teki. Weil... Weil die Tür wieder verkauft, die Tür schon. Oh mein Gott... Nööööööö... Es ist so hardcore, echt? Was ist das... Wir wollen uns hierverkürzen. Ich glaube... Nein, okay. Ich glaube... Ich glaube, ich bin mir nicht immer wieder... aaaaaaa! Überall... Ayaaay! Fêter um... Fêter um... Ach, mein Gedächtnis ist wie ein See. Wir müssen eine kleine Abbrucharbeit durchführen, damit wir uns eines Tages begegnen können. Wir brauchen ein großes, erdfressendes, metallenes Ungeheuer und dieses Ungeheuer dürstet es nach dem Saft jenes Ortes, an dem Dinge gelagert werden. Du kannst mich übrigens Red nennen. Das ist zwar nicht mein richtiger Name, aber ein Name ist ja wie ein Kleidungsstück. Wird er vom richtigen getragen, passt er. Ich bin ein Wurzuch. Du siehst. Oh, gut mal. Ich bin ein Wurzuch.